Heute ist der 6.7.2011 und hier sind die Anzeigen des Tages. Und heute, heute ist Tag des Kusses. Schön darauf achten, immer die Lippen geschmeidig halten. Mh, besser. Also wer gleich noch will, nach dem Ausruf, hier anstellen. Tag des Kusses heute. Also alle mal schön rumklutschen heute. Und am 6.7.1957 treffen sich John Lennon und Paul McCartney treffen sich zum ersten Mal am 6.7.1957. Und das lief ungefähr so ab. Tag, Tag. Du warst der Hippie. Hallo, hallo. Schätze ich. Bloß auf Englisch natürlich. So, erste Anzeige. Außergewöhnlicher Künstler sucht ganz gewöhnliche Wohnung in einem außergewöhnlich schönen Fädel. Dem Agnes Fädel. Die Wohnung sollte 40 bis 50 Quadratmeter nicht unter, aber auch nicht überschreiten. Dafür wäre der Künstler bereit, bis zu 400 warme Euros anzulegen. Bitte melden beim Künstler, also bei Joachim, unter der Nummer 015779038517. So, und dann gibt es nochmal die schicke Gitarre vom Christ. Die ist so teuer, kann man ruhig öfter reinhalten. Der Chris verkauft diese schmucke Gitarre. Eine Yamaha SA2200. Eine Semi-Akustik, wie man sieht, mit Hambackern. Beide per Push-Booti-Splitbar. Sensationeller Sound, sagte Chris. Ich konnte sie selbst nicht spielen. Ich kann sie selbst auch gar nicht spielen. Ich kann nämlich gar keine Gitarre spielen. Nur A und G, glaube ich. Sensationelle E-Gitarre mit sensationellem Sound, in sensationellem Zustand. Für sensationelle 1100 Euro. Neu Preis ist, ich muss gucken, 1679 Euro. Chris verkauft die für 1100. Wer die haben will, meldet sich entweder bei mir oder sendet eine E-Mail an geletnecki.gmx.de G-E-L-E-T-N-E-K-Y at gmx.de Geletnecki, 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 Gitarre. Die drei sind meine Urlaubsvertretung für den Sommer 2024. Zum Schluss gibt es immer noch einen Witz von meinem Opa. Zwei Putzfrauen leeren die Papierkörbe im Büro der Chefsekretärin. Sagt die eine, nun schau dir das an. Jedes zweite Wort vertippt total viele Fehler. Die muss eine Bombenfigur haben. So, wenn Sie was zu sagen haben, sagen es mir. Ich sag's dem Viertel jeden Tag, 16 Uhr hier vor der Erdniskirche. Außer man mag es dann vor 13 Uhr, obensu oder mal platzen. Oder rund um die Uhr im Internet. www.derschwarzebrett.de Das bin ich. Tschüss. So, jetzt Lippen einspielen. Klutschen gehen. Also geht's jetzt. Dann wird er in der Bilion . Vielen Dank.